Yo Leute, was geht mit Musik im Hintergrund? Nicht wundern, wir haben unseren Bot an. Ja. Wir wollten jetzt für die Fahrt ein bisschen Musik annehmen. Wir haben eben auf der Fahrt alleine hierher, also wir sind jetzt hier kurz vor Kabara. Auf der Fahrt haben wir alleine schon irgendwie zehn Tote gesehen wegen Autounfallen. Es gibt auch 93, 92 Zivilisten. Ich war noch 93, weil da ist einer umgebracht worden. So, und Life hat ausgerechnet und wenn er sich nicht verrechnet haben... Wir kriegen irgendwie so um die vier Millionen. Wenn der Preis nicht noch sinkt, unter 50.000. Wenn 50.000 haben wir gerechnet. Wir müssen beim Glasverkäufer abbiegen, ne? Wir müssen zum Verbrennbarer möglichen. Life sagt einfach, wenn wir ab einem Glasankauf hoch. Bei einem Glasankauf hoch, ja. Ja. Da hat sie etwas da, Alter. Ja, mit fünf Jahren gemacht, ja. 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 Lass mich dann verkaufen, ne? Dann passt das. Ja, ja, ja. Na, ich kann ja dann... Du kannst ja auch alles in Aufnahme sind. Ich lüge nicht, gerade was Geld angeht. Oder gerade was Ultime-Anhalt angeht. Das sollte man nicht linken, meiner Meinung nach. Ja, scheiße, wäre Assi. Ja. Nicht hupen dahinten! Was soll das? Es wird nicht gehupen! Pass auf, Nomo, wir müssen rechts, ne? Ich weiß. 3! Als ob, wie schlecht bist du eigentlich? Er hat noch. Es gibt nur ein Hindernis und wenige will ich den nehmen. Der Reifen ist rot, alles hat noch. War der nicht mal Geld? Ja. Ja. Ach, du Scheiße, ey. Ey, nun bevor man mal vorguckt, ob der Welt ist, zieht wir einfach mal langsamer. Oh, mach. Weil vier Millionen sind schon scheiße, wenn wir verlieren. Das wären als theoretisches zwei Rebellen-Lizenzen. Und das wird ne Million. Nicht nur eine Rebellen-Lizenz. Ey, ne Rebellen kostet auch 1,5. Du hast zwei. Ja? Ja. Ich bin dafür, das machen wir noch mal. Oder kaum machen. Aber heute nicht. Ja, heute nicht, ne? Hm, bis jetzt seh ich noch keinen. Wir wären uns eh viel so nah dran an dir. Also, wir hätten eh verkackt. Wir wären da jemand da gewesen. Na, eh hättet ihr aber weiterfahren können. Ja, wie kommt man denn hier rein? Ja, da vorne. Ich würde einfach weiterfahren. Ach so. Äh, hier ist niemand. Leute, ich hoffe, du besuchst uns nicht zu laut für euch. Na, toll. Ist kaputt. Ich mach auf jetzt. Ich muss hier raus, einer auf. Ich hab hier abgeschossen. Ja. Wo seid ihr? Ich würde so schlecht empfahren. Ich fahr lieber bei ihm mit. Paar bei ihm mit. Ja, mach ich halt. Müssen wir ja raus. Ist das, der dahin rumläuft? Ja, wer ist er? Wie gesagt, Leute, das ist unser Bot, ne? Ja. Ja. Sag mal, ob ihr immer so Hintergrundmusik haben wollt. Ja. Gebt das ganze Geld einfach gleich. Ich hab letztens irgendwas gelesen. Hier, noch drei verkaufen wir, okay? Da. Kommt. Ein, die. Ach so, Kops. Hier, noch drei verkaufen wir. Damit ihr den Preis nicht mehr gekauft. Ich hab schon nicht verkauft. Ich hab 1,8 Mille gemacht. Ja, 2,315970. Ja, behalte das mal. Da soll man Sicherheit fahren, okay? Ja, das ist mein Safe Zone. Obwohl, was man hier landen, glaube ich. Ich glaub, die wollen was von uns. Nein, dann würden die Sirene machen. Jetzt gibt er mal ganz so scheißig ein. Jetzt steig ein. Ich bin rausgetappt. Warum tappst du mal raus? Wenn wir jetzt aber wegfahren, ist ja so eine Flucht. Wir haben nicht gesagt, dass die anderen sollen. Ja. Oh, ich muss auch trinken. Ja, kanns. Boah. Jetzt gibt Gas, Junge. Wir haben jetzt erfolge gesehen, was wir haben. Wenn wir uns wissen, können wir uns selbst und folgen, dann können wir reden. Ähm, wie soll ich denn fahren? Links. Da haben wir gesagt. Ja, fahr einfach da. Ja, fahr einfach da. Ja, fahr einfach da. Ja, fahr einfach da. Da kommt die Straße. Ihr sagt mir, wenn ich irgendwo abbiegen muss, ne? Ja, ich muss mit der Straße. Dann mach die Straße. Dann mach die Straße folgen, ja. Das ist die King of the Hill. Von hinten ins Getümmel-Reinschleich-Straße. Kennen die nicht, sorry. Nein. Hast du nie King of the Hill gespielt? Doch, aber immer Widerstand, glaub ich. Ja, doch. Achso, also. Und der kommt von woanders. Ja. Und der kommt von woanders. Ja. Was fahrt man am besten außer Pfirsich und Äpfel? Ähm. Können. Halt mal Atom. Äh, wenn das hältst du, nimmst du zum Marktplatz. Weißt, wo der ist, ne? Ja, alles andere. Das ist eine gute Antwort. Kannst du lassen die werden. Äh, warum Enter and Unlock? Weil er gefragt hat, wie man einen Third-Person machen kann. Deswegen schreibst du die Caps. Hey, hab kein Ziel. Schreibst du mal auf 1. Schreibst du schreibst. Gute. So, baby, if you wanna, BABY. Links. Ba-ba-ba-ba-ba, if you wanna, BABY. Fah-verkarn, fah- raus. 3 bis in links. Wollte hier an oder ein Tradows stehen. Wow. Aufsteigen. Wir hätten noch.... Ähh, aufsteigen.. Hab'n können. so live dort ist dir aufgeschrieben was ich für ihn bekommen 1,078 also eine 87.000 991 nein nein irgendwie geld das gerade kriegte wie viel 1 million 87 80 sie eine mehr und sie macht 1000 das geld was du jetzt hast du gerade 2,9 nur mehr sein glaube ich die musik mal lauter gar sein ich simon wollte schreibt mich an befinde mich an ihrem fahrzeug können sie sich bitte dort ein finden in den nächsten fünf minuten ansonsten werde ich ihr fahrzeug beschlagnahmen müssen erst beschlagnahmen ja ich kann mich keine keine gang eigentlich muss man 9 und 9 überschritten aber beweisen simon walter wir hören doch schon mal 2 millionen bitte beschlagnahmen wir hören jetzt wie viel geld hast du hier 5,26 diese tastatur man 5,26 genau ja da habe ich gar nicht 1 5,26 5,7 45 millionen dann kriege ich noch mal 300 kamer beziehungsweise 200 du bist jetzt nicht ersthaft afk oder doch er ist gerade afk so das boot da muss hier da auch noch 100k bezahlen das heißt ich bekomme also müssen wir das geld praktisch wie muss das boot rechnen so dann gucken wir mal da schon rechner was willst du ich habe das boot noch bezahlt 5 sind jeder 1,325.000 hat das gekostet das heißt ich kriege 325.000 also da müssen wir das da ab und abziehen rechner aber 325.000 durch bei oder wir machen das einfach so so drin das und das noch geteilt durch 3 das heißt jeder kriegt 1,6 46 9 1 5 millionen das ist auch dabei ja dann können wir noch mehr machen gerade wenn du es ist leider kein geld ich habe leider keine rose für dich keine hose rosa geht es nicht als so bürger und gerne eine besahlung ja ich schwöre auf das heilige buch der idioten ja 990.000 6 9 1 6 bitte hallo ich habe mich zu halten warte jetzt wie viel kriegt jeder 1.646.915 ja passt beziehungsweise ihr beide ich kriege ja etwas mehr so ein begleitschmerz zurück ich habe jetzt noch 3 Mille einfach du bist du schon mal wird viel Geld geschummelt ja genau ja also mal so ich hasse es gerade dass der Bankautomatisch schließt ja es ist so warte mal nur noch vielleicht kann ich dir gleich noch was geben das tut ihr dann 2,9 Möller leifeln gehen beide nur noch was so ein begleitschmerz ist verrückt nein okay 18 ich habe jetzt erstmal alles eingezahlt ich habe jetzt auf dem Konto du hast am meisten Geld du gibst ihm 3,8 wir geben ihm beide was man muss gerecht sein du musst geben du hast am meisten Geld wie viel Geld hast du 2 Mille ja es ist sicher äh hast du nicht aus eben von 3 Mille geredet ja Niklas Geld das zählt nicht das kann man von gerade auch was abgeben hören so ich gebe ihm jetzt mal 400k what ich gebe ihm dann also 200k wenn du gar nicht 200k gegeben hast ne warte hört mir nicht irgendwer auch noch Geld geschuldet ja Niklas ich schulde kein Geld Niklas schuldet mir auch noch Geld das heißt Niklas schuldet mir 175.000 er hat er nicht der doppelte geschuldet noch ne einmal hat er sich auch selbst Geld geholt ey guck mal hier oben das heißt Niklas bekommt nur 1.471.000 cool live wir geben Nomo beide mal 400k 400k du gibst ihm 200k ich gebe ihm 200k ich gebe ihm 300k weil ich ihn nett finde dann gibst du ihm 500k dann gibst du ihm aber auch noch Geld Nomo wo bist du denn äh warte ok ja ah Nomo da kommt er wo bist du hier ja ich krieg sein Geld warte äh kein Schlüssel Geld da so man kann nicht 1$ beweisen aha ja bitteschön so ich werde den Medic 50 geben ging nicht danke geht nicht wie viel muss man mindestens 100 100 ok gehen wir uns auch nur Dollar geben oder was ne so ich hab jetzt noch er wird immer mal stehen mit Nomo ach so sorry jetzt hast du dein Geld noch erhalten ok kopieren man hättest nichts machen gerade richtig viel Geld verdient hab ich voll gut nächstes mal bist du aber dabei du ja hä moment hab ich jetzt ne 0 also ich hab jetzt noch 2,081 Millionen ohne das ganze mitlass 1,08 hab ich ich hab 666.771 der läuft der läuft live ich bin dafür wir machen das morgen nochmal wenn wir jetzt Zeit finden gut dann heute hoffen wir dass das euch die Folge gefallen hat wir haben jetzt jede Menge das euch die Folge gefallen hat ey leid leid jetzt wissen wir aber wie wir das Dings machen können wenn man das nur zweit macht kriegt man muss man das ja nicht so stark aufteilen ne und du kriegst halt doppelt genauso viel aber wir müssen das Ritt machen nirgendwo so muss man dann kriegen wir noch mehr weil dann haben wir 2 LKWs mit Müll und 1 LKW mit Müllsäcken also du meinst 3 LKWs ja wir hatten aber diesmal auch nur 2 LKWs ja aber dann verdienen wir noch mehr Jürgen dann verdienen wir das doppelte ja nur muss ich das nächste Mal noch ein LKW winken dann verdienen wir einfach verweiten mehr äh ist der Preis des Müllsäcks gesunken und wer Dings im Räumen aus ist du wirst nicht nicht und es hat immer noch 1,50 Tats so Leute dann lasst einen Daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat und macht's gut halt rein ciao tschüss tschüss